hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück leute willkommen wir zocken heute rent a car simulator 24 natürlich nur die prolog version aber wie ihr wisst bin ich ja immer den neuen simulatoren auf der spur aber momentan müssen wir uns immer mit demos zufrieden geben weil hier nichts rauskommt so was haben wir denn your name mgx start game rein da junge rein da you are the beginning of your business you are at the beginning of your business du bist am beginn deines geschäftslebens when you rent the car office vor dir ist ein neues auto so gehe zu deinem auto this is the office park area you can park your cars hier du kannst deine autos hier parken das ist das areal the green car icon is where customers will drop ah die grünen autos ist customers will drop off rental also wo leute autos droppen die zum verkauf stehen oder was hier kann ich jetzt hier einfach was soll denn der dreck hier office is open find your office in the full version ja okay so mal auf hier den hobel you shouldn't use your office computer for car rental oh yeah so my cars ich hab keins bild die rechnung bank kommt erst noch build los computer okay das haben wir monday tag 1 wir sind hier was haben wir da was haben wir eigentlich an kohle ich hab ja nichts ich hab überhaupt nichts was wenn der i want to sell my alter der will 24.500 dafür is finisher kommen ja i won't buy your car i won't okay dann müssen wir erst mal you can quickly wie sieht das hier aus travel home kam market office geste wie soll ich denn jetzt hier an kohle kommen ich hab wirklich gar kein blassen reden an der ecke what the hell ach guck mal an alter mach mal die klüsen auf junge mach einfach mal deine klüsen auf dort fridge also ein kleiner kühlschrank den nehme ich er kann ja nie schaden wie wie kann ich das ding ach du ellie so watercooler you drunk water all right guck mal wir können anfangen mit dem da ein fett getunter audi a3 soll denke ich mal sein ne so kann ich hier irgendwie auch some else car good then zeig ich mal her 50 prozent getankt 3678 kilometer ist ja gelaufen 3 prozent damage we're dirty daily rental free agree i'm buying your car scheiße geht hier nicht was passiert denn jetzt ja hier steht nichts besonderes zack ich nehm es an was ist denn das jetzt hallo get off the car switch camera hey sag mal was hat er gemacht ach so flip car ich wuck okay what the hell guck mal car repair gewendet alter schwede so komm mal her so kann ich jetzt raus hier reparier die geschüssel hier talk okay repair my car 29 dollar soll es ein witz sein okay kann ich jetzt hier eigentlich refuel drive oh scheiße ihr habt das schon refueled ne ja ist voll die schüssel hey hey bleib mal ruhig kollege jetzt stelle ich das scheiß ding hier hin ne boah sale hey die soundkulisse ne es ist wirklich es ist leute was was soll ich da noch sagen ne wir haben hier kaum sounds aber es knallt so my cars 2021 erbaujahr 3600 ey ist nicht schlecht ne der ist ja wie neu dirty brand sale ich werd mal dings ich muss gucken da hinten tankstelle tuning ne aber dirty ist er ja ne ich fahr mal da hinten zur tanke ich fahr zur tanke da hinten mir fehlen irgendwie die details ne also ist er jetzt beschädigt der wagen alter jetzt zieht es ab hier ne car wash so tak hier sind wir drin was hast du denn für ein problem guck mal ran hier ah gut er hat kein damage wie das was keine animation irgendwie und das andere weird was ist das lackkratzer oder was soll das sein oh jetzt alter voll über rot ich mach mal das licht an sag ich mal junge was hast du denn zu bieten wir gucken uns mal alles an so halk parkour is my tuning available in full version dann kannst du mich aber auch mal knusper so kann ich jetzt eigentlich einfach in front hier ran alter was ist denn mit meinem auspuff von brennt denn der licht lass mal brennen sieht besser aus sag ich mir mal hier zack my car ja 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 wunderbar jut sale rent den verkaufen sale price sale market price for this car 30.000 wir gehen auf 35.000 okay you list car for sale for 35 sale ja super 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 genau sag ich mal her was ist denn sieht man da irgendwie was drin nö kein schild nix ne kann ich jetzt fahren ich kann mich verpissen ich kann mich verpissen office closed aber das kann ja nicht sein habe ich den jetzt verkauft in my parking area ist okay gut machen wir erstmal zu wo ist denn eigentlich meine hütte wo bin ich zu hause ach da drüben ich brauche ja nicht mal mit dem bus fahren das ist ja mal geil wir Junge Junge ja fällt mir nichts ein eigentlich hallo aber wir haben eine einrichtung ich kann den nicht usen leider ich hätte es gern getan no profit so tag zwei alter jetzt geht er los hier ratzfatz vergehen die tage hier i want buy your car i want a buy your car okay a new customer ja okay einfach latsch durch durch die kiste no problem ich glaube das ist nichts für dich so 30.000 i'm not selling kann ich hier was eingehen 32 you need to reach ach komm leck mich ne geh ma kannst du okay thanks ciao hey das ist mir nischt guck mal da kommt doch gleich die nächste das ist mir nischt wie kann ich denn eigentlich hier mein kann ich mich hier eigentlich hoch leveln irgendwie nö kann ich auch nicht die oh die latsch durch hier ja das seh ich doch hallo das ist doch glaube ich oh ne auf keinen fall ciao du kannst auch gehen hallo hört mal auf hier rum zu zittern geht weg ja du kannst auch gehen guck mal sie geht du nicht was soll das geh geh von dannen kann dein Gesicht ertragen ich ertrage das nicht mehr i need your car der hat ja schon wieder ein audi da hinten das kann nicht sein sie ist weg so so gibt es da nicht wenigstens einen der 31.000 bietet oder so wenigstens so 31.000 ist hier irgendwie scheiße sag mal ey was ist eigentlich mit der musik ne audio tut mir leid ey hier ist nichts mit musik ne ich kann da nichts machen i need your car na sehr schön das hat der hier auch schon gesagt aber mach mal guck mal er nimmt die t-pose was ist denn oh man ey da hat der ja mehr geboten davor purchase price 26.000 der kostet der kostet mich auch noch täglich was ne na gut wenn wir jetzt beim nächsten so knapp bei 31.000 sind dann dann verkaufen wir dann verkaufen wir mal hier zack was hast du denn ja ab 44.000 die latschen mal gegen sein auto warte deswegen äh fliechtet hier mal sag mal das kann doch nicht alles sein mich verscheißern oder was ich kann doch hier nicht nur zwei autos kaufen rumble in the jungle was ist denn los hallo kann ich nicht nur zwei autos kaufen oder das ist never warte es gibt nur den automarkt hätte ich fast es gibt nur den automarkt hallo miss archivy verpiss da hier von meiner busseite stelle hä what the hell was ist denn das ist doch the car market is open on wednesday and fridays you can find many kinds of cars hier verdammt nochmal scheiße mittwochs und freitags toll ist das die kvc 2.0 was ist das ist das die helle auf erden oder was jetzt latscht doch nicht wieder durch das auto oder durch ich kauf den wagen jetzt was hast du denn da 6.997 gut okay ein bisschen damage dirty ist auch ein bisschen was willst du haben 24 ja komm jetzt her ich gehe den erstmal waschen und auf dem rückweg kann ich ihn ja parieren jetzt explodiert die karre wieder hier halt was ist denn da da steht doch auch noch ein auto was ist das für eine schanze da hinten sind wir hier bei der vier schanzen tournee oder was so pass auf hier junge du wirst genau was dein job ist mach es ach ja das war der schon hab ich vergessen dass das hier so schnell geht okay was ist hier los kann ich hier das auto ausfahren oder was soll denn das sein hier alter wie ein formel 1 war ein comic von der seite links pass auf man ey ganze 130 km h ich flipp aus alter hier geht ja was ab tack junge eingeschissen wow ich wollte mich eigentlich nur beeilen damit ich das auto noch schnell verkaufen kann irgendwie damit ich für morgen aber ich denke das wird nicht mehr ne das passt schon so junge mach mal fertig du wirst genau wie das hier geht zack tolken 199 toll hey schön mit der kamera ne ja so ist besser nein nein zack office drin ins office ist noch office ist open ist nur dunkel Leute es ist doch nur dunkel Details so sale 30.000 mal wieder 35 zack office ist open ja i want to buy your car na denn aber please mach hinne junge sehr schön bleib hier vorne stehen komm her 31.000 business owner junge und das ding ist geschlossen siehst du ach komm was ist denn was ist kann ich euch mit euch talken i will go on a vacation for the weekend before i go i will come to the office and rent a car man alter verpisst euch ich kaufe ein auto noch ich hab kein auto mehr ich geh doch morgen erst zum auto mach ich und hol neue zack wir sind hier in kanada wir schlafen mit offener tür 37.000 profit wunderbar 8 uhr ruf zum car market steht da sogar da open oh alter jetzt zieht es ab hier jetzt zieht es ab hier was ist das hier ein alpha oder was anna ferrero junge also scheiße hat so ein pot hier hoch komm hau ab älter genial dafür suv teuer okay 64.000 jetzt hab ich schon wieder die schüssel 60.000 was ist denn mit euch 81.000 da was willst du haben für deine rennenkirche 350.000 355.000 bleibt uns wieder nur dieser piss kleine kacker hier 25.000 weil alter der hat aber viel runter da hat der ombre da ähm der hat aber wenig damage da hat er aber weniger runter da die da bei uns verkauft gleich mal hier hinstellen gleich mal da hin pflanzen sag komm mal weg hier du weißt genau wasch mein auto was ist denn an der tanke kann ich da irgendwas machen hallo gas station ja kann ich hier rin hallo ich will da rin man das ist eine scheiße vorsicht man was war denn ditte mit kotflügel aufgerissen oder was abgerissen weg das teil hier mit eurer scheiße hier okay das ist doch okay schnell ich muss mich beeilen auto verkaufen damit ich mir besseren kaufen kann ausgestiegen macht das auf ich muss den rinsetzen schnell ja er hat viel runter geht schon 30.000 ich biete den an für 35 wo ich gut bin so wo ist der erste hallo kommt ja jeder will man tut doch nicht so ich weiß genau dass ihr alle erstmal schön ein Auto kaufen wollt wofür ist das warum kann ich was essen warum kann ich was trinken da wartet gar keiner was ist eigentlich hier mit dem kann ich mobben hier ich kann nur schlagen kann ich mein Auto damit waschen warum schlägt so schlägt car is not dirty lass mich mal entscheiden so was willst denn 32.000 na der wagen gehört dir scheiße ich wieder keinen und er ist nicht da ich fahr mal schnell mit dem bus obwohl es nicht weit ist wo ist dein wo ist dein Auto man hast du noch einen ich kann nicht mehr kaufen ne ne komm mach mal 60.000 Junge Mann du Pümmel verdammt nochmal na gut was ist da eigentlich man hört nicht mal andere Autos ne was ist das kann ich das nehmen ich will das nehmen warum nicht das ist die Frage warum nicht kann ich mich jetzt einfach in die Falle hauen weil ich habe kein Auto was ich kaufen kann einfach kein Geld bin ein Pleitegeier Ma'am wollen Sie ein Auto kaufen was ist ja mit dir los beruhig dich mal wieder kappajanisch gemacht zack rinja 6.000 Profit super geil er hat ein gelbes Auto ich fass es nicht wie kann das sein und morgen ist der Auto mach ich wie was ist da der verkauft jetzt auch ein Auto was hast du da 20.000 hat er runter alter alter junge ich muss da drüben nochmal kicken mit seinem SUV vielleicht ist das besser auf jeden Fall kommen hier mal andere ne was hast du 60.000 leh ich mir in der fresse ja deine karre wäre eigentlich besser aber leh ich mir in der fresse das wird nichts ja dann ruhig mir die karre da drüben ja toll jetzt bin ich level 2 wo ich handeln kann geh weg hier die autos fackeln hier ja ey reißt hier ich werde mal ein bisschen mal drin investieren ja refuel was kostet die welt ne kostet nichts kostet was kostet kostet fast gar nichts so ja repair mal die schlüssel alter so lustig war das jetzt aber ja nicht ey so komm man leute bleibt ruhig ich wisst was ich mache so zack den haben wir ich hab rechnung ey leg mir ne gut 58 dollar da ist doch immer noch gut 58 dollar das ist mir egal wir machen wieder 35 1000 einfach geil hab ich da Licht angelassen ne da kommen sie schon ich weiß nicht warum ne bremslicht immer noch an ist aber aber interieur ist schon geiler gemacht als bei car for saver der rest nur nicht was haben wir da 32 000 super was ist denn du hackbärt jetzt bin ich nämlich hier pass auf wir machen 58 000 was hältst du davon ja alter wunderbar muss man hier irgendwie nach oben gucken oder so wegen alter der ist aber schnell abgeschleudert eine rennkiste hier aussteigen waschen all dirty sehr dreckig sehr kaputt boah guck dir's an der will's wissen vorsicht hier fahr aber eke pass auf wunderbar der haut sich wenigstens nicht da die scheiße auf wo ist denn der penner hier komm mal her mach mal so guck mal wo ist refueled das soll mercedes sein oder was stand da gerade alter den verkaufen wir für man den verkaufen wir für was ist das wer c der wer c das soll wirklich mercedes sein sag ich mal her details nix kaputt sale 75 ich mal 80 wo ich dreist bin dreist 80 1000 was ist denn die dürfen hier nicht stehen das wissen die hier ist mein mein gebiet hier ist mein geschäft mein gelände das ist hier meins kann ich hier noch rumlaufen irgendwo kommt da ein customer ne doch ein customer kommt ein customer der mein auto kaufen will eine kunden i want to buy your car no problem wenn du genug geld bei hast 82 1000 wie kommt es dass sie mehr bietet i want to buy was hab ich gemacht ich mach mal 85 1000 was hält sie davon achso da brauch ich aber das mach ich junge 85 ich meine wieso hat die mehr geboten ich hab den für 80 reingesetzt und die gibt mir 82 ja weil er einfach top war er war einfach top ich muss ja da muss ich selber gestehen 28 profit sehr schön so und heute macht der dings wieder auf heute ist friday automarkt guck mal die haben deswegen stehen hier auch keine autos das heißt wir müssen zum automarkt wo sind wir da was ist denn das hier für eine kleine hüttel ach das ist wieder der audi du hast hier wieder den fast 61.000 können wir uns leisten locker 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 was hat er hier 65.000 anja gest äh gest 4511 kilometer runter was hat er hier auch so erinnert aber guck mal 2017 wir nehmen den mal lass mir mal ein bisschen handeln ich gehe mal auf 70.000 wunderbar man ist sehr langsam man ist sehr scheiße langsam aber der andere aber krasser hier ist ja tunen geht nicht ne ich glaube das ja ging ja gar nicht das ging nur bei der vollversion glaube ich also du könnt aber schon mal sehen wo das hier hin führt das ist noch ganz früh hier ganz früh early access das ist doch so ein alpha hier ein alpha romero wenn ich da nicht wenigstens die 75 wieder rauskriege dann beiß ich mir aber den arsch ich sage 4.000 äh fast 5.000 runter ist schon nicht schlecht oha 100.000 jo da du da kenne ich gar nichts ne da kenne ich gar nichts new customer guck mal da ist er sofort also hier man älter wir machen doch schütte wie scheiße ich meine was ist denn was ist denn los mit dir ne ne 90.000 ist doch ne gut 90.000 wären wir trotzdem bei 105.000 aber ne ihr wisst wie der business läuft nicht gleich einfach am anfang mal hier auf you blöd verkaufen äh ich meine was soll das guck mal da kommt doch gleich der nächste der interesse an meinem auto zeigt und äh wir werden den wir kriegen den schon weg ne für bessere geld er hat bloß einfach keine puderratze hier der bringt doch nichts was ich meine was soll das mach mal Platz für die leute die geld haben 98.000 scheiße komm hat keinen Sinn guck sie geht wenigstens anständigerweise du könntest jetzt auch mal langsam hier von dann ziehen was ist denn los ja geht doch man muss man den erst anbrüllen oder was was ist denn der nächste hallo ja sag ich doch ach du scheiße der hat doch kein geld der hat doch kein geld man das siegt doch jetzt schon geh weg geh einfach weg die dame da hat 98.000 also wenn jetzt noch einer kommt mit 98 dann nehme ich das an ne dann sind wir auf jeden fall über 100.000 dann können wir auch safe erstmal ein paar autos kaufen haben wir auch kein problem damit da guck mal da kommt die nächste nette dame die interesse hat an dem alpha hier wir werden mal gucken was hast du denn 96 nehmen wir 111.000 you have 100k in your cash account yes haben wir und damit beende ich die folge hier damit habt ihr gesehen hier hört Leute ihr wisst worum es geht autos kaufen verkaufen wie immer so wie car for sale bloß halt noch sehr 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 früh es ist halt noch sehr early access war halt auch nur eine demo und die muss anscheinend jetzt ganz frisch rausgekommen sein ganz ganz frisch ich glaube am 19 deswegen also aber ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen ich konnte euch ein bisschen unterhalten und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut haut rein und ciao